Jetzt werden wir noch ein Gebet haben, wie ich schon sagte, für unsere Kinder. Also, Brüder und Schwestern, ohne Ausnahmen, alle, die die Schule besuchen, die einen Beruf begonnen haben, die vielleicht das Studieren, kommen bitte alle nach vorne, werden für euch beten. Vom Saal aus, vom Balkon aus, kommt bitte alle hier runter, wir werden für euch beten. Ihr braucht den Segen, Studenten, wer studiert, kommt auch ihr nach vorne. Ah, кто занимается с детьми, тоже было такое предложение, кто занимается с детьми, проходите сюда. Мы тоже за вас помолимся, чтобы Бог вас благословил. Und auch die, die Kinderstunde machen oder mit Kindern arbeiten, kommt bitte auch alle nach vorne, wir werden euch ins Gebet mit einschließen. Будем молиться за вас, чтобы Господь вас благословил. В новом учебном году. Der Herr euch in eurem zukünftigen Schuljahr reichlich segnet. Но это надо запечатлеть, надо сделать хорошее видеофото. Das muss man unbedingt festhalten, ein Video, dein Foto machen. Посмотрите, это будущность церкви. Schaut mal, das ist die Zukunft der Gemeinde. Уже настоящее и будущее. Das ist schon das gegenwärtige und das zukünftige. И не только будущее церкви, но это и будущность нашей страны. Und das ist nicht nur die Zukunft der Gemeinde, sondern die Zukunft dieses Landes. Нашего общества, в котором мы живем. Unsere Gesellschaft, in der wir leben. И вы представляете, что все, кто сегодня сюда вышел, und stellt euch vor, alle, die heute hier nach vorne gekommen sind, sie möchten in diesem Jahr klüger und wiser werden als zuvor. Und das ist gut. Wir werden für sie beten, dass Gott sie darin segnet. Und damit sie Erfolg darin haben. Und damit sie Erfolg darin haben. Und damit sie aus ihnen gelden. Und damit sie, знаете, молодые Sederach, Messach und Abednego. Und damit aus ihnen solche werden, wie Sederach, Messach und Abednego. Daniels. die zu ihrer Zeit weisheit hatten, eine Erkenntnis hatte, die ihnen genützt hat im Verlauf ihres ganzen Lebens. Wenn in unserem Leben встречается, wie wir heute слышали, die Bedeutung, die Gott sei, die Weisheit Gottes, die in er vor sich widerspiegelt, gegenwärtig ist, und diese Erkenntnis oder das Wissen an menschlicher Disziplin, wenn dieses menschliche Wissen da ist, dann ist dieses aber im Quadrat oder sogar im Kubik, weil darin das Mitwirkung Gottes ist, Kinder, wir wünschen euch, dass ihr gute, vorbildliche Schüler seid, damit aus euch Ingenieure hervorgehen, Doktoren, Ärzte, Medsästri, Medbratia, Krankenschwestern, Präpidavateli und Lehrer und ganz gute Arbeiter reist dem Herrn. Amen. Können wir alle zusammen sagen, Amen? Amen. Amen. Schön. Давайте мы помолимся, братья и сестры, встань, наши ноги помолимся. Schwester, lasst uns aufstehen und beten. Alleluia a тебе, добрый Пастырь. Alleluia a тебе, Иисус. Hvala a тебе, Господь, благословенно, и имя Твое. Amen. К тебе, Боже, мы обратимся. Amen.